Es gab einen neuen Mord. Ich habe nichts gesehen. Nein. Die meisten Menschen sehen mich nur als einen Behinderten. Ihr Stock. Danke. Sie, sie stellen sich vor, dass ich Verbrechen begehe. Hey, was machst du da für einen Scheiß? Das ist eine Beförderung. Ich weiß weder wie noch warum, aber ich bin sicher, dass er es war. Er hat sie beide umgemacht. Dann werden wir es beweisen. Navig arbeitet nicht allein. Ich glaube sogar, er wird manipuliert. Spiel nicht den Helden, Philipp. Die nehmen dich auseinander. Warum tun sie das? Ich glaube, wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als sie zugeben wollen, Kommandant.